Ich brauche die Akten der SS-Männer, die in Auschwitz gedient haben. Alle. Zehn Millionen Nazis. Unglaublich, was? Und diese Idioten haben alles aufgeschrieben. Wenn du glaubst, du kriegst auch nur eine vor Gericht, dann kennst du auch glaubenden Weihnachtsmann. Mich interessiert nur, wer in Auschwitz gedient hat. Wo ist deine Leistwagen? Hier, 600.000 SS-Akten. In Auschwitz waren, wie viel? 8000. Aber die musst du dir fischen selber raus. Gericht. Vielen Dank.